Allegro von Komarowski Musik Bei diesem Stück darf man gerne Vibrator benutzen, besonders beim letzten Ton Und wichtig ist, der vierte Finger auf der A-Seite klingt genauso wie die leere E-Seite Ja, dann zieht es nochmal Und danach kommt F Ja So, nochmal von vorne Das war die wichtige Stelle Das gleiche auf der D-Seite, bei der unten kommt das vor Und dann hier im nächsten Takt Cis und danach B Also C, Cis, A, B, A Gerne mit Vibrato Danke, kommt gleich wieder vier Danke, das ist ja . . . .